Ja, auf jeden Fall, ab sofort setze ich das um. Aber in erster Linie hat es auch mich unheimlich weitergebracht, größer gemacht, mehr in meine Kraft gebracht. Und ich kann das echt jedem nur empfehlen, der an dem Punkt ist, wo er merkt, das muss sich irgendwas verändern. Die Franziska, die hat so eine Offenheit, die bietet da so einen Rahmen. Und in jedem einzelnen Coaching, egal mit wem, ist bei mir immer eine richtig große Erkenntnis rausgekommen. Auch wenn sie klein war, war sie in ihrer Wirkung richtig groß. Die Pferde, das ist ein Wahnsinn, das ist magisch zu erleben, wie die reagieren, also wie die auf uns reagieren, wie die auf die Themen reagieren. Was die uns auch geben, an Sicherheit, aber auch als Spiegel und der ganze Rahmen, das könnte für mich nicht besser und perfekter gewesen sein. Ich bin total beglückt, besiert und sage vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020